Wie ist Ihr Wohnmobil, Zelt oder in der Jagdhütte unterwegs? Der Aqua2Go mit 20 Liter Fassungsvermögen besitzt in der Pro-Ausführung einige zusätzliche interessante Details. Neben einer normalen Sprühpistole haben wir hier eine Waschbürste und einen Brausekopf. Zum Laden der Taschenlampe, die gleichzeitig als Stromquelle für den Hochdruckreiniger dient, haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder über einen Netzstecker oder aber auch über unseren Zehrettenanzünder. Schauen wir uns zunächst einmal die Energiequelle an. Um die Taschenlampe zu entfernen, wird einfach der Tragegriff hier hochgeklappt und einen Schnappverschluss geöffnet. Und jetzt habe ich die Energiequelle bereits in der Hand. Ich kann separat nutzen auch die Taschenlampe, die mehrere Funktionen leistet. Zum einen ein Dauerlicht oder aber auch eine SOS-Funktion. Laden lässt sich die Taschenlampe, die gleichzeitig als Stromgenerator für den Hochdruckreiniger dient, über diesen Eingang und entsprechend diesen Stecker. Aber ich habe auch noch einen Ausgang, um zum Beispiel ein Handy zu laden, etc. über den USB-Anschluss. Weiterer Ausgang für andere Produkte ist hier der Zigarettenanzünderanschluss. Als Beispiel. Den Ladezustand des Akkus erkenne ich hier an der Seite an den vier Leuchtdioden. Zur Inbetriebnahme einfach die Taschenlampe verbinden, in den Hochdruckreiniger einsetzen, Schnappverschluss schließen, Tragegriff herunterkleppen, Schlauch anschließen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch mit bis zu 20 Liter befüllen. Eine Akkuladung und die 20 Liter Wasser reichen ca. für einen halbstündigen Betrieb. Mit dem Brausekopf lässt sich zum Beispiel auch der Hund reinigen. Wenn wir den Aquatogo als reine Pumpe nutzen wollen, brauchen wir nur einen normalen Gartenschlauch, maximale Länge 5 bis 6 Meter, der hier angeschlossen wird. Hier schließe ich den Druckschlauch an und mit dem Zubehör Zigarettenanzünderkabel kann ich dann das Gerät auch als Pumpe benutzen. Unterstützt durch die Rollen haben wir so eine wirklich transportable Lösung. Viel Spaß beim Saubermachen wünscht das Team Wins. Vielen Dank. Für Sie ist es ein guter Tag. Ciao.